Investorenschlacht um Bräuningerland. Bräuningerland soll verkauft werden und die Investoren stehen tatsächlich Schlange. Bräuninger macht es besser wie Galeria Karstadt-Kaufhof und macht es nicht aus der Schwäche heraus, sondern verkauft tatsächlich aus der Stärke heraus. Ich habe vier Punkte heute für dich mitgebracht, was Bräuningerland einfach wirklich zum perfekten Kandidaten macht, um auch für dich als Mittelständler einen Unternehmensverkauf zu strukturieren. Und vor allem, diese vier Punkte können dir als Unternehmer helfen, den Unternehmensverkauf erfolgreich durchzuführen. Ja, ich habe es gerade gesagt, ich habe hier auch meinen schlauen Zettel heute mitgebracht. Die Warenhauskette Bräuningerland wird tatsächlich verkauft. Bräuningerland, man kennt es aus Stuttgart, aus Leipzig, aus Düsseldorf, aber tatsächlich hat Bräuningerland insgesamt, ich muss kurz gucken, zwölf Standorte in Deutschland und einen sogar in Luxemburg, also insgesamt 13. Und es ist so, dass 31 Unternehmen haben Interesse gemeldet, bei Bräuningerland einzusteigen. Das bedeutet im Endeffekt, man hat einen bunten Strauß, eine bunte Auswahl. Das ganze Verfahren wurde tatsächlich schon im Juni gestartet. Im Oktober soll soweit die Interessentensuche auch abgeschlossen sein, dann sollen auch Entscheidungen gefällt werden. Aber man sieht, es ist ein langer Horizont gewesen. Dann ist es so, dass tatsächlich eine Trennung stattgefunden hat. Das bedeutet eine Trennung zwischen Immobilie und Betrieb. Es gibt sowohl für die Immobilie Interessenten als auch für den Betrieb. Und sogar noch zwei Interessenten, die am Gesamtkauf interessiert sind. Was natürlich hochinteressant ist bei der ganzen Thematik, weil ein Gesamtkauf kann natürlich dir Zeit unter Umständen auch Geld sparen. Aber tatsächlich ist es so, dass der Gesamtkauf auch auf dem Tableau steht. Um genau zu sein, ist es so, dass insgesamt zwei Milliarden Euro auf dem Tableau stehen. Davon sind tatsächlich 1,8 Milliarden Immobilien. Also es macht den Bärenanteil aus. Und so 200 Millionen, das ist trotzdem noch viel, die tatsächlich Warenhauskette an und für sich mit den Mitarbeitern. Natürlich, das freut unsere Freunde wieder von der Verdi. Da werden Arbeitsplätze gesichert mit dem Verkauf. Die haben ja jetzt viel Arbeit auch mit VW und anderen Geschichten. Aber tatsächlich ist es so, dass bei Bräuningerland das Ganze ein bisschen safer ist. Dann ist es so, wie gesagt, der Handel. Und das ist auch ganz interessant. Für den Handel interessiert sich die spanische Kette El Corte. Das ist so eine Handelskette. Und tatsächlich der französische Lafayette-Konzern. Lafayette, das kennt man noch so ein bisschen. Wer Prinzessin Diana noch gekannt hat. Der Sohn von Lafayette, der ist ja mit der Prinzessin Diana verunglückt damals. Und das ist auch eine große Warenhauskette. Das wissen viele gar nicht. Die haben unter anderem auch Harrods hat den gehört in London. Und die sind sehr, sehr groß. Kommen ursprünglich auch aus Frankreich, ganz ursprünglich aus Ägypten. Und die haben tatsächlich auch Interesse bekundet für das Ganze und wollen da in den Handel einsteigen. Und jetzt kommt das Interessante. Auf der Immobilienseite tatsächlich sind institutionelle Träger gekommen. Also zum Beispiel die Deka-Fonds oder die Union Investment. Obwohl ich das sagen muss, bei der Deka, da ist es natürlich, die haben eine gewisse Größe auch dementsprechend und können da auch mitreden. Natürlich Union Investment auch. Aber bei der Deka, das ist halt so eine Macht mittlerweile am Markt. Und da ist auch DWS ist noch mit dabei im Rennen und natürlich viele, viele andere. Jetzt kommt das Interessante auch noch. Im Gesamtverkauf ist tatsächlich ein Thailänder, also die thailändische Central Group. Und jetzt kommt, habe ich im Intro schon gesagt, tatsächlich sogar jemand, der bei Galeria Kaufhof interessiert ist. Nämlich der Richard Barker. Das ist ein US-Amerikaner, der, ich glaube, bei manchen Filialen bei Galeria Kaufhof im Moment eingestiegen ist und einsteigen möchte. Und der möchte natürlich, ganz wichtig, seine Marktmacht dadurch ein bisschen ausbauen und ist am Gesamtkonstrukt interessiert, weil natürlich die Immobilien Wert haben und auch die Warenhauskette für ihn dann noch mehr, weil er natürlich auch und auch besser Synergien generieren kann, sage ich jetzt mal. Wenn er vielleicht beides zusammenführt, vielleicht auch eine Billigmarke, eine teurere Marke, das kann man dann sehen. Jetzt kommt es eigentlich für dich. Für dich als Unternehmer, wenn du im Mittelstand bist, kannst du aus dieser Transaktion ganz, 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 ganz viel lernen. Zum einen natürlich die Transaktionsgeschwindigkeit. Das bedeutet, Reuninger hat schon im Juni, weit früher natürlich auch, angefangen, das Ganze vorzubereiten. Die Gesellschafter, die dahinterstehen, also die Eigentümerfamilie hat gesagt, wir wollen uns trennen, wir wollen jetzt aus der Stärke rausverkaufen. Auch ein ganz wichtiger Faktor, beginn frühzeitig mit deiner Unternehmensberatung dahingehend, dass du deinen Verkauf strukturierst und auch deinen Verkauf vorbereitest. Man soll nicht aus der Schwäche verkaufen, sondern man soll aus der Stärke rausverkaufen. Das bedeutet, deine Umsätze passen. Du bist soweit schuldenfrei. Du hast soweit vielleicht sogar eine gute Auftragslage. Du bist vielleicht unabhängig von der Weltwirtschaftslage, die ja im Moment auch ein bisschen kriselig ist. Aber du hast für dich einen richtigen Zeithorizont, eine Zeitschiene ausgesucht. Und das ist tatsächlich ein Punkt, den möchte ich auch noch aufgreifen. Da haben sie sich Zeit genommen. Sie haben im Juni offiziell was gesagt. Im Oktober soll es abgeschlossen werden. Im Juni entschlossen. Zwischendrin wurde was gesagt. Es ist erst jetzt zu uns gedrungen. Das bedeutet, und jetzt komme ich schon zum zweiten Punkt tatsächlich, die Geheimhaltung hat funktioniert. Bräuningerland hat tatsächlich ganz, ganz viel unterm Radar gelassen. Dann gab es natürlich wie immer die Presse, die das Ganze ein bisschen analysiert hat und die das dann auch rausgefunden hat. Irgendeiner hält nie dicht, was das betrifft. Aber sie waren dann schon soweit, ins Biederverfahren einzusteigen und im Endeffekt die Vorentscheidungen schon getroffen zu haben. Und da kommt es jetzt auch ganz interessant, da muss ich nochmal drauf gucken tatsächlich, die haben einen Projektnamen und das gehört auch zur Geheimhaltung dazu, den Projektnamen Keystone tatsächlich genannt, um das Ganze zu, ich sage jetzt mal, ein bisschen verschleiern. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt zum Thema Geheimhaltung, auch für dich, wenn du als Unternehmer dein Unternehmen verkaufst, dann sollte nicht dein Name überall auf irgendwelchen Exposés stehen oder in irgendwelchen E-Mails von Verkaufs, sage ich jetzt mal, Interessenten oder Kaufinteressenten, sondern es sollte immer einen wirklich, ich sage jetzt mal, anonymisierten, wo man vielleicht nicht auf dich schließen kann, Projektnamen geben tatsächlich. Und dann, und jetzt kommen wir, gibt es zum dritten Punkt ein Biederverfahren. Das Biederverfahren ist natürlich super, weil du da viele an einen Tisch bekommst, wie gesagt, die DK-Fonds, gehört den Sparkassen ja an, großes Unternehmen, wie zum Beispiel eine Central Group aus Thailand oder der Richard Barker oder ganz einfach auch die Lafayette-Gruppe zum Beispiel. Du hast also einen bunten Strauß von Interessenten und kannst dir wirklich das Beste rauspicken und kannst dir auch gegenseitig sich hochbieten lassen und dann hast du natürlich den besten Kaufpreis bei der ganzen Geschichte. Und jetzt kommen wir zum allerletzten Punkt und das ist auch ein ganz interessanter für dich als Unternehmer zum vierten Punkt und das ist die Trennung. Die Bräuninger Landfamilie hat sich gedacht, ich trenne das Ganze auf Immobilien und Betrieb und das kannst du natürlich auch machen. Dann hast du ein Werksgelände oder hast du Immobilien, die zum Betrieb dazugehören, die du aber danach zum Beispiel gar nicht mehr verwenden kannst, weil du vielleicht die auch privat genutzt hast, weil du vielleicht private Vermietungen gemacht hast oder so. Und da kannst du dann ganz, ganz, ganz arg drauf achten, indem du durch die Trennung auch einen höheren Kaufpreis erzielst. Natürlich, wenn es einer aufs Einmal kauft, hast du einen großen Zeitfaktor, einen großen Arbeitsfaktor, der wird ganz deutlich minimiert, weil du an einen verkaufst, du hast nur einmal eine Prüfung, du hast nur einmal zum Notar zu gehen, du hast nur einmal das Ganze abzuwickeln. Aber wenn du getrennt verkaufst, hast du unter Umständen die Möglichkeit, dass auf der einen Seite mehr rauskommt und auf der anderen Seite vielleicht auch und dann der Gesamtwert höher ist. Der Nachteil daran ist, ganz klar, du hast mehr Arbeit, du musst dich mit zwei Verkäufern auseinandersetzen, du musst zweimal Verkaufsverhandlungen führen, du musst zweimal zum Notar, du musst zweimal zum Rechtsanwalt, du musst zweimal vielleicht auch zum Steuerberater. Aber, und das ist ganz wichtig, wenn du als Unternehmer nämlich dein Unternehmen verkaufst, hast du alle Möglichkeiten, wenn du zum Beispiel einen M&E-Berater hast und das machen wir, der das Ganze vorbereitet, dann musst du nicht zweimal zum Rechtsanwalt, sondern einmal, weil dann ist eine Schnittstelle da, die dir hilft oder auch beim Steuerberater. Wir, und ich sage es immer wieder, sind keine Konkurrenz zu Steuerberatern, sondern wir helfen den Steuerberatern, den Rechtsanwälten, alles zu sortieren und vor allem dir eine Done-for-you-Lösung, also sprich, eine Lösung zu finden, bei der du als Unternehmer eigentlich gar nichts tun musst, außer ein, zwei Stunden vielleicht in der Woche zu investieren und uns mit Daten zu füttern, die wir dann zusammen mit Steuerberatern, mit dem Rechtsanwalt aufarbeiten, um zusammen mit deinem Käufer tatsächlich auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Wenn du jetzt vor hast, dein Unternehmen zu verkaufen oder deine Nachfolge regeln möchtest, dann trag dich hier unter dem Video ein unter www.otterconsult.de und wir zwei führen ganz diskret und vor allem kostenfrei ein Erstberatungsgespräch, bei dem wir die perfekte Strategie für dich und dein Unternehmen finden, dass du deine Nachfolge ordentlich regeln kannst. Und wenn du jetzt noch mehr über uns wissen willst, dann habe ich hier das Video von letzter Woche und hier tatsächlich einfach ein Video aus unserer Mediathek. Wir behandeln das Thema M&A im Mittelstand und überall auf der Welt auf unserem YouTube-Kanal und wir freuen uns bis zum nächsten Mal.